Liebe Zuschauer, so das war's wieder. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie eingeschaltet haben. Bleiben Sie dran. Danke, tschüss. Liebe Zuschauer, unser Giordano-Wein-Paket erfreut sich steigender Beliebtheit. Haben Sie etwas Geduld? Viele haben es natürlich auch Ihren Freunden und Bekannten erzählt und die sagen, wir haben es aber gar nicht mehr gesehen auf Sendung. Kein Problem. Sie rufen an im Callcenter unter 0185 2070, geben denen die 100 100 durch und schon bekommen Sie es natürlich auch noch zu dem unglaublichen Preis von 79,90 Euro. Und dann genießen Sie Ihren Wein und Prosecco. Hallo liebe Zuschauer. Hallo Anna, hallo liebe Zuschauer. Was ist denn der Glücksbote tatsächlich? Der Glücksbote ist eine Ansammlung von den besten und attraktivsten Gewinnspielen aus ganz Deutschland. Denn im Glücksbote befinden sich jeden Monat aufs Neue bis zu 100 Gewinnspiele mit den attraktivsten Gewinnen. Zusätzlich gibt es Lösungsvorschläge, sodass ich auch bei Rätseln und Gewinnspielen teilnehmen kann, wo ich vielleicht nicht so ein Know-how habe wie sonst bei den anderen Dingen im Leben. Und natürlich wichtige Tipps und Tricks, wie ich zum Gewinner werden kann. Und das Ganze Anna für 0 Euro, Versandkosten frei, ohne Risiko. Also jetzt endlich mal mitspielen, endlich mal auf der Gewinnerseite stehen, denn die Lösungen sind vorgegeben. Ganz genau so ist es. Die Lösungen sind vorgegeben. Wir haben bei jedem Gewinnspiel steht genau dabei, wann ist der Einsendungsschluss, wie ist der Lösungsvorschlag. Zum Beispiel hier, haben wir hier bei welchem der vier Kaya-Weine handelt es sich um den Weißwein. Da war ein Rätsel, hätte ich nicht gewusst, ist der Kaya-Genie-Blanc-Chardonnay. Und wenn ich davon keine Ahnung hätte und den Glücksbote nicht hätte, hätte ich nicht mitmachen können. Und der Glücksbote hilft mir halt. Der gibt mir sofort die Lösungsvorschläge plus natürlich alle Gewinnspiele. Dass ich nicht Gewinnspiele suchen muss, ich brauche keine Lösung machen, sondern ich kann mich darauf konzentrieren, meine Postkarten so zu gestalten, dass es auch Gewinnerpostkarten werden. Aha, das heißt, Sie können an verschiedenen Gewinnspielen teilnehmen, müssen sich auch keine Sorgen machen, ob Sie vielleicht etwas falsch geschrieben haben. Ganz genau so ist es. Denn das passiert nicht mehr. Das kann ja gar nicht passieren. Aber Sie haben gerade gesagt, es gibt so kleine Tricks und Tipps für die Postkarten, damit die Glücksfee tatsächlich auch die richtige zieht. Ganz genau. So ist es ja. Wir kennen es ja alle. Die Glücksfee, die greift rein. Wir haben eine große Glücks-Sonne-Sonne-Trommel, wo alle Gewinnspielkarten drin sind. Und alle Postkarten sind so klein wie diese hier. Die liegen alle übereinander, ganz viele Tausende. Da kommt meine Postkarte dazu und die liegt dann da drüber und da drunter. Und ist doch ganz klar, Anna, wenn die Glücksfee jetzt reingreift, dann fühle ich diese Postkarte, interessiert mich doch gar nicht, dann fühle ich hier drüber, dann denke ich, oh Gott, was das für eine große Postkarte. Dann ziehe ich die raus und dann habe ich schon den Gewinner dabei. Das ist clever, das ist richtig clever. Ganz genau so ist es. Oder vielleicht, Anna, schicke ich nicht nur eine Postkarte ein, vielleicht macht mein Mann, meine Frau, meine Kinder, vielleicht machen alle mit, vielleicht schicke ich mehrere Postkarten ein, damit ich natürlich viel höhere Chancen habe. Und damit beschäftigt sich auch der Glücksbote. Und diese Tipps und Tricks, die sind im Glücksboten drin. Und den gibt es jetzt nur noch exklusiv bei Glück.TV. Nicht am Zeitschriftenhandel, nicht am Kiosk, nicht am Bahnhof. Und den gibt es für 0 Euro, Anna. Für 0 Euro, also gratis für Sie, wenn Sie jetzt anrufen. Und damit Sie jetzt auch Spaß haben, damit es Ihnen nicht geht wie folgender Familie, sollten Sie unbedingt jetzt anrufen. 0185 2070. Holen Sie sich jetzt wirklich Ihr Gratisexemplar nach Hause. Und ja, das lange Rätseln hat ein Ende. Vor allem jetzt sehen wir es ja auch nochmal. Ganz genau. Diese Thematik immer wieder mit den Zeitungen. Genau, für über 100 Gewinnspiele, Anna. Da müsste ich ja hunderte von Zeitschriften kaufen. Dann müsste ich Gewinnspiele rausfinden, wo auch wirklich tolle Preise dabei sind. Ich muss rätseln, ich muss viel, viel Geld ausgeben dafür. Und da ist die Lösung, da ist der Glücksbote. Dort sind alle Gewinnspiele chronologisch nach Datum aufgelistet. Wir haben den Lösungsvorschlag mit dabei, wir haben den Einsendeschluss dabei. Es steht natürlich genau drin, wie hoch ist der Hauptpreis. Was gibt es natürlich auch noch für Sonderpreise, für Trostpreise dabei. Und natürlich die wichtigen Tipps und Tricks, wie ich endlich zum Gewinner werde mit meinen Postkarten. Weil wir kennen es doch alle, wir machen mit bei den Postkarten, Gewinnspiele und gewinnen nicht. Und das ist jetzt vorbei. Ab jetzt mal gewinne ich und bin dabei. Und das jeden Monat aufs Neue, das ist das Besondere. Und dann sieht man wahrscheinlich auch aus wie der Herr. Der hat jetzt bestimmt gewonnen. Ganz genau, da kommt nicht die Rechnung nach Hause, da kommen die großen, dicke Gewinne nach Hause. Und ich habe ja auch hier ein Foto mitgebracht von einer glücklichen Gewinnerin. Man kann es vielleicht mal zeigen. Und ich habe auch einen Zeitungsausschnitt mitgebracht, wo auch wirklich da man sehen kann, das ist Sonja aus Charlottenburg, eine glückliche und echte Gewinnerin. Vielleicht können Sie mal kurz vorlesen. Arbeitslose Mutter gewinnt Familienauto. Da sehen Sie sie gerade, freudestrahlend. Und in der Tat hat sie das Auto dann in Charlottenburg abgeholt, ihr neues Familienauto. Und sie sagt selbst, als sie so von dem Gewinn erfuhr, war sie mehr als sprachlos. Das kann man sich vorstellen. Ich meine, so ein Auto kostet richtig viel Geld. Das bedeutet darauf sparen, sparen, sparen und wahrscheinlich auch nicht gewinnen, weil da eben so viele mitmachen. Ganz genau. Und Anna, sie war natürlich sehr, sehr überrascht. Warum war sie überrascht? Weil das war erst die zweite Ausgabe vom Glücksspiel, die sie hatte. Und sie hatte bei den anderen Gewinnspielen natürlich auch schon mitgemacht und hat eigentlich gedacht, ja, okay, Tipps und Tricks, ich probiere es mal aus. Und dann sagte sie, ist ja unglaublich, schon beim zehnten Gewinnspiel habe ich direkt den Hauptpreis gewonnen. Und das ist ja das, was wir auch immer wieder von unseren Lesern erfahren, die sagen, toll, dass es endlich eine Zeitschrift gibt, wo wirklich alle Gewinnspiele drin sind, wo die Tipps und Tricks drin sind. Und eins muss man sagen, es sind natürlich viele, viele tolle Gewinne drin. Wenn ich darf, würde ich mal einfach ein paar vorlesen. Wir haben zum Beispiel hier einen Suzuki Gran Vitara Fünftörer. Eine Woche für zwei Personen auf Kuba. Wir haben 5000 Euro in Bar oder zur heißesten Top-Designershow des Jahres nach New York zur Fashion Week. Oh, da fahre ich hin. Wir haben zwei Personenaufenthalt nach Mauritius. Wir haben ein Gala-Dené in einem Spitzenrestaurant in ihrer Nähe, kann man sich dann aussuchen, für vier Personen, 30 Fahrten in einem Heißluftballon. Eine traumhafte, maßgescheinerte Reise für eine Woche. Wir haben Autos da drin, wirklich alles ist drin. Wir haben eine Ausrüstung drin von Adidas, die ich gewinnen kann. Die rüsten dann die ganze Fußballmannschaft oder Tennismannschaft oder auch Handballmannschaft, wie auch immer, aus. Also wirklich für jeden ist was dabei. Für groß, für klein, für alle ist was im Glücksbruch. Also verschiedenste Gewinne und etwas für die komplette Familie. Aber gewinnen können Sie natürlich nur, wenn Sie spielen. Und davor brauchen Sie natürlich Ihr Gratisexemplar 080 5 20 70. Einfach anrufen und hier sehen Sie nochmal ein paar Möglichkeiten, wie man die Karten verziehen kann. Ist das denn ein Abo? Nein, das ist kein Abo. Ich kann jetzt den Glücksboten gratis hier frei Haus bekommen. Und ganz wichtig, liebe Zuschauer, den Glücksboten, den bekommen Sie jetzt gratis nach Hause. Dann schlagen Sie auf, suchen sich Ihre Gewinne aus, machen mit und werden zum Gewinner. Wenn ich der Meinung bin, das Glücksbote ist vielleicht doch nichts für mich, dann melde ich mich nicht und es kommt keine weitere Ausgabe nach Hause. Nämlich, ich muss mich melden, damit eine weitere Ausgabe des Glücksboten nach Hause kommt. Da habe ich mit dem Herrn Müller, das ist der Chefredakteur, darüber gesprochen. Da sage ich, hör mal, Rainer Müller, wie kannst du das denn eigentlich machen? Da sagt er ganz einfach, Herr Brackmann, nämlich jeder Glücksbotenleser ist so begeistert davon und behält den Glücksboten und will einfach mehr haben. Und wir haben das jetzt schon etwas länger hier im Programm. Zum Start von Glück TV konnten wir das ja ermöglichen. Da haben wir mit ihm gesprochen, dass wir noch ein paar Exemplare bekommen können. Wir haben noch ein paar Exemplare hier, aber liebe Zuschauer, die sind, glaube ich, ganz, ganz schnell weg. Es werden nicht mehr viele sein, die wir haben und deswegen muss ich jetzt anrufen, damit ich jetzt den Glücksboten noch gratis bekommen kann, weil ich kann Ihnen nicht versprechen, wie lange dieses Angebot gilt, nämlich nur noch, solange der Vorrat reicht. Das heißt, meine Damen und Herren, für Sie, ganz, ganz einfach zu Ihrem Gratisheft zu kommen, einfach anrufen. 085 2070 und dann sind Sie schon dabei und können sich einfach mal einen Überblick verschaffen über die vielen Gewinnspiele, aber auch die Möglichkeiten, wie Sie zum Beispiel basteln können, denen Sie Ihre Karten verzieren. Das heißt, da ist Kreativität gefragt und im schlimmsten Fall wird ein bisschen nachgeholfen. Und das Tolle ist, es sind ja nicht nur Sachpreise, Geldpreise. Gestern haben Sie zum Beispiel auch erwähnt, es gibt Möglichkeiten, VIP, richtige Menschen, Schauspieler kennenzulernen. Genau, wir haben nämlich auch ein Gewinnspiel, da konnte man eine Reise zur 43. Verleihung der goldenen Kamera gewinnen und als VIP-Gast konnte man den Boris Becker treffen. Wir haben hier VIP-Tickets drin für die Bundesliga, die jetzt wieder gestartet ist. Und hier kann ich gewinnen eine goldene Armbanduhr von Glashütte im Wert von über 13.500 Euro. Und die Gewinnfrage ist, wie heißt denn das aktuelle Tabak-Original-Aktionsmotto, Anna? Kannst du mir das beantworten? Ich müsste jetzt nachdenken, keine Ahnung, ich müsste jetzt wahrscheinlich ins Internet gehen und schauen. Was ist das überhaupt? Da steht's. Und da ist der Lösungsvorschlag. Wo, hier? Hier, da ist der Lösungsvorschlag. Goldene Zeiten für echte Männer? Ganz genau, da ist der Lösungsvorschlag. Meine Damen und Herren, wie sollen wir denn darauf kommen? Und das Tolle wäre, die Uhr hätte ich natürlich gerne, Sie auch. Na, dann wissen wir, was zu tun ist. Und ich sehe nur auf einer einzigen Seite, da sind so viele tolle Gewinne, so viele Möglichkeiten mitzumachen und auch etwas für die komplette Familie. Denn wenn der Sohn sagt, Mensch, was will ich denn mit so einer ollen Postkarte, ich habe da überhaupt keine Lust zu basteln, ja, dann kann der ja einfach per Internet dabei sein. Ganz genau, nämlich wir haben nicht nur Postkartengewinnspiele dabei. Wir haben circa 80 Prozent sind Postkartengewinnspiele, dazu kommen 10 Prozent Telefongewinnspiele und natürlich auch noch Internetgewinnspiele. Und das ändert sich jeden Monat um ein paar Prozent, weil wir natürlich nur Gewinnspiele suchen mit höchst attraktiven Preisen. Also wirklich keine Gewinnspiele, wo Sie vielleicht einen Kulli gewinnen können. Nein, hier kann ich Autos gewinnen, hier kann ich Bargeld gewinnen. Und das ist das Schöne. Und in der Augustausgabe, Anna, da sind Gewinne drin im Wert von über 11 Millionen Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und meine Damen und Herren, an denen können Sie jetzt alle teilnehmen, wenn Sie tatsächlich wollen und wenn Sie jetzt anrufen, denn dieses Heft ist gratis. Und wie wir gerade von Herrn Pragmann gehört haben, es ist kein Abo, das ist das Besondere. Denn der Hersteller von dem Glücksboten sagt auch, der Zuschauer, der Kunde soll sich überzeugen. Ich habe da gar nicht...